Und damit herzlich willkommen auf meinem Rüsten Kanal. Ja Leute, ich freue mich noch Zeit für ein kleines Echse-Game. Heute filmen wir Tails-Echse Hill-Act-1. Mal schauen, was uns erwartet. Ja, spiel einfach mal. Johnny? Was kommt auf uns zu? Wie hat es meinen Recht, habe ich erschrocken. In Act 1. Kann ich springen? Ich kann nur laufen. What? Kann ich nicht springen? Nein, nur laufen. Verstörende Musik. Will ich kein Ding springen? Nein. Ich laufe einfach mal. Oh, 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 oh. Ich laufe. Ich laufe weiter. Oh, 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 oh. Überall Blut. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, was kommt jetzt? Oh, das ist das Sonic. Aua. Er läuft von alleine. Er geht allein von auf ihn zu. Und du? Was passiert jetzt? Hallo. Wollen Sie mit mir spielen? Ja. Halt und sieh. Oh. Ich kann immer noch nicht springen. Wunderbar. Ah, ich kann doch nicht rennen. Das ist unfair. No, 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 no. Ich kann nicht schneller laufen. Er holt uns ein. Das ist unfair. Ja, das könnte ich jetzt auch holen. Was kann ich tun? Er steht hier und heult. Was tun? Oh, oh, oh. You're too slow. Want to try again? Oh, danke. Ich weiß leider nicht, wie diese Charaktere alle heißen. Ich kenne ja nur den Sonic. Ihr wisst es ja. You can't run. Danke. Ich kann nicht springen. Ich kann gar nichts machen. Ich kann absolut nichts machen. Ich laufe einfach mal nach rechts. Ich laufe jetzt von der Welt. Oh, das knackt und macht in meinen Ohren. Überall Blut. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Oh, jetzt habe ich gerade Gänsehaut. Warum auch immer. Warum auch immer. Oh. Oh. Found you. Hahaha. What? Oh, ich kann nicht weglaufen. Ich kann nicht, ich kann nicht weg. Ich komme jetzt von ihm weg. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts tun. Äh. Was soll ich tun? Oh, er hat mich. So many souls to play with, so. What? Oh, jetzt wird er ticken. Oh, Gottchen, Lottchen. Oh, ich habe Gehörsturz, Leute. Oh, das knackt. Also Spiel knackt. Das liegt am Spiel. Es knackt. Aber macht ja nichts. Ich leide ja. Tausend Qualen. Dr. R. Schreibt mir gerne in die Kommentare, bitte. Was ihr von Exegames haltet. Das würde mich mal interessieren. Mögt ihr Exegames? Mögt ihr keine? Das würde mich mal interessieren. Bitte, bitte. Schreibt es in die Kommentare. Wo laufen wir hin? Natürlich ins Verderben. Wie immer. Aber für ein Exegame geht es schon ziemlich lang, finde ich. Ich laufe halt einfach. One way. Ja, muss er mich so erschrecken. Hallo? Hallo? I'm God. Ich bin Gott. Klar? Wenn er alles sagt. Und du? Hallo? Das Spiel macht dich kaputt. Ich bin zu alt. Ich fühlst dir die Ohren weg. Was? Geht weiter? Game over? What? What? Game created by Grimms in the Bat 2012. Ich kann nichts mehr tun. Game is over, Leute. Game over. Ja, Leute. Das war... ...der Kollege hier. Tails.exe Hill Act 1. Bin ja gespannt. Vielleicht kommt da noch Act 2 raus. Äh... Moment. Es geht weiter. Jetzt bin ich aber etwas... ...geplättet. Was? Hm... Oh, was? Geht's nicht so weiter, oder nicht? Es geht weiter. Es ist doch gar nicht fertig. Wir laufen. Wir laufen. Schreie in der Nacht. Also ich find's schon ziemlich abgefahren. Aber ich find's irgendwie gut. Warum immer. Gefällt mir. Nice. Vor allem geht es etwas länger. Nicht so... ...eine Minute. Jumpscare. Ende Gelände. Jetzt wird's abgedreht. Psycho-Delic. Boah. Jetzt wird's abgedreht. Was? 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 Was kommt auf uns zu? Und sie schreit. Oh, ich rette dich! Der Sound. Was geknackse... Was? Not enough memory to execute the game? What? Ja, Leute. Das war's. Wie ihr seht. Seht ihr mich. Auf meinem Bildschirm. Das Spiel hat sich verabschiedet. Das war Tales.exeHillAct1. Draußen fährt die Narrozunft. In diesem Sinne. Ich bedanke mich für's Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von solchen Exegames haltet. Wenn ihr wollt. Könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich freu mich über alles. In diesem Sinne. Danke für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal auf meinem Rosting-Kanal. Euer Rentner. Ciao. Tschö.